Ein harter Brexit wurde in die Preise bereits mit einkalkuliert. Lucas dos Santos BMI Research Am vergangenen Mittwoch hat Großbritannien den Artikel 50 ausgelöst. Auf England kommen somit einige Verhandlungsrunden mit der Europäischen Union zu. Wie wird das Pfund reagieren? Die Tatsache, dass der Artikel 50 tatsächlich ausgelöst wurde, ist für die Märkte und für die Investoren keine Überraschung gewesen. Bereits im Januar hatten die Marktteilnehmer einen harten Brexit prognosiert. Ich nehme an, dass das Auslösen des Artikel 50 das Pfund während der Mittelfrist nur wenig beeinflussen wird. Es sieht ganz so aus, als ob das Pfund seine Grenzen bereits erreicht hat. Und das ist auch der Grund, warum seine Preisdynamik in der letzten Zeit etwas eingeschränkt war. Ein harter Brexit wurde in die Preise bereits mit einkalkuliert. Die Märkte rechnen mit einem harten Brexit und das bedeutet, dass das Pfund in der Zukunft seine Tiefstwerte verlassen wird. An dieser Stelle muss gesagt werden, dass das Pfund auf jegliche Informationen bezüglich der Verhandlungsresultate sehr scharf reagieren wird. Die wirtschaftliche Situation Englands hat sich bis jetzt nicht verschlechtert. Die britische Wirtschaft scheint sehr robust zu sein. Bis jetzt wurde ein Rückgang innerhalb des Konsumsektors und innerhalb des Dienstleistungssektors fixiert. Dies sind die zwei wichtigsten wirtschaftlichen Katalysatoren. Die wirtschaftlichen Prognosen wurden abgewertet. Im Jahr 2017 erwarten wir einen wirtschaftlichen Zuwachs von weniger als 1,6 Prozent. Magere Wirtschaftsdaten würden die Geldpolitik und die damit verbundenen Erwartungen der Märkte direkt beeinflussen. Die britische Notenbank hat sich etwas zurückgezogen und die Chancen sind groß, dass die erste Leitzinserhöhung vor dem Jahr 2019 passieren wird. Die Märkte glauben, dass der Zins bereits im nächsten Jahr steigen wird. Die kommenden Wirtschaftsdaten werden uns mehr verraten. Das Vertrauen in die Trump-Regierung sinkt. Der US-Dollar verliert an Wert. Was halten Sie von der aktuellen Dynamik des Greenback und wie sehen Ihre finanziellen Prognosen aus? Unsere Prognosen zum wirtschaftlichen Zuwachs und zur US-Geldpolitik befinden sich unter den prognosierten Werten, die im November gleich nach den Wahlen aufgestellt wurden. Wir waren unsicher, ob Trump seine versprochenen wirtschaftlichen Stimulationsmethoden tatsächlich umsetzen wird. Und die Ereignisse aus der vergangenen Woche haben diese Zweifel noch einmal bestätigt. Damit sind teilweise die Reformen innerhalb des Gesundheitssektors gemeint. Die Meinungen der Respublikaner gehen auseinander. Trump wird sehr viel und sehr stark kritisiert. Der neue US-Präsident will das Steuersystem reformieren und die infrastrukturellen Ausgaben erhöhen. Was keine leichte Aufgabe sein wird. Die Erwartungen der Märkte sind viel zu hoch. Die Chancen stehen schlecht, dass er diesen Erwartungen nachkommen kann. All das wird auch den US-Dollar beeinflussen. Aus diesem Grund kommt auf den Greenback in der nahen Zukunft ein Rückprall zu. Der US-Dollar könnte seine Positionen zu anderen Währungen in der nahen Zukunft durchaus stärken. Das gilt vor allem für die Währungen der Entwicklungsmärkte. Aufgrund der unterschiedlichen Geldpolitik in Amerika und in Europa wird der Euro seine Positionen zum US-Dollar weiter aufgeben. Das wirtschaftliche Bild Amerikas sieht ziemlich gut aus. Die Chancen sind groß, dass der Zins sowohl in diesem als auch im nächsten Jahr weiter steigen wird. Ich sehe keine seriösen Hindernisse, die den US-Dollar aufhalten könnten, trotz aller politischer Proteste. Im März wurde bei den Entwicklungsmärkten eine positive Tendenz fixiert. Die Entwicklungsmärkte befinden sich in einer zyklischen Erholungsphase. Länder, die aufgrund sinkender Rohstoffpreise und anderer negativer Faktoren litten, solche wie Russland und Brasilien, erholen sich allmählich wieder. Die Situation innerhalb einzelner Entwicklungsländer unterscheidet sich. Die wirtschaftlichen Aussichten Indiens, Indonesiens, Polens und Argentiniens sehen sehr positiv aus. Einige Entwicklungsmärkte sind in der Lage, ihre wirtschaftliche Aktivität zu steigern. China ist das einzige Sorgenkind momentan. Und zwar aufgrund zunehmender Stimulationsmethoden, die vor allem den Kreditsektor anzielen. Was wiederum die Rohstoffpreise und die Dynamik der Entwicklungsmärkte positiv beeinflusst. Die Situation in China ist sehr kompliziert. Die Kluft zwischen der staatlichen und der privaten Verschuldung wird immer größer. Politische Risiken beeinflussen die Entwicklungsmärkte und zwar direkt. Der südafrikanische Rand ist in der vergangenen Woche aufgrund einer großen strukturellen Regierungsumstellung um ganze 9% gesunken. Die Preisdynamik des Rohstoffmarktes würde sich ändern, falls Trumps Budgetpläne scheitern sollten. Die Aussichten der Entwicklungsmärkte würden in diesem Fall auch düsterer aussehen. Lukas, ich bedanke mich für Ihren Beitrag. Liebe Zuschauer, das war es für heute. Ich bedanke mich für das Zusehen und sage bis bald. Das war's für heute. Ich bedanke mich für heute für heute. Ich bedanke mich für heute.